Sehr willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Heute mit einer etwas anderen Episode, ihr habt schon eine normale Episode bekommen und jetzt gibt es die erste Team Prediction in diesem Jahr. Das ist jetzt erstmal Hannover 96 und ich weiß, boah, magst du egoistischer Hannover-Fanbrillenvereinsverliebter, ihr Vollidiot. Nein, 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 das ist nur der erste Versuch. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, ganz wichtig, Daumen nach oben da, dann werde ich zu jedem Bundesliga-Verein, soweit es in meiner Macht steht, eine Prediction machen. Also eine komplette Team-Prediction, der komplette Kader prediktet. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, das wird eine Heidenarbeit für mich werden, aber wenn es euch gefällt, haut es einfach mal raus, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr von den Ratings haltet, die ich hier so veranschlagt habe. Und schlagt auch gerne den nächsten Verein vor, der meistgenannte, beziehungsweise meistgelikete, ich sage immer, meistgelikete Verein, also der Verein, der am Ende der Episode den Kommentar mit dem meisten Daumen hoch hat, der ist in der nächsten Episode dran. Dann, vorausgesetzt, euch gefällt diese Serie und vorausgesetzt, wir schaffen, ich sage mal, 850 Likes, dann wird diese Serie weiter fortgesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Ich denke mal, viele werden allein, weil 96 schon gedisliked haben, vielleicht haben viele auch jetzt zugehört und ändern das Ganze nochmal, weil ihr den Verein gerne sehen möchtet, es liegt im Endeffekt an euch. Wir fangen an mit dem ersten Teil von Hannover 96 und das sind natürlich die Torhüter. So, hier haben wir sie. Ron Robert Ziele mit einem 80er Rating, Philipp heißt er, glaube ich, Tchauner mit einem 67er Rating und Samuel Radlinger mit einem 64er Rating. So, Ziele 80, da würde jetzt erstmal kommen, uuuuh, Ziele 80, du hast Trapp auch nur 80 gegeben, das geht so nicht, der geht zu PSG, ist einer der besten der Welt. Meiner Meinung nach verdient Ziele das 80er Rating, vielleicht verdient Trappen ein 80er Rating, vielleicht ist Ziele aber auch gar nicht so schlecht, wie viele von euch denken. An sich sind die Stats nicht so noch nicht verändert, 81 rechten, 83 Reflexe, die Reflexe sind hochgegangen, das muss auch so, 82 Positioning, 78 Ballsicherheit. Ich denke mal, das ist ein relativ humanes Rating für Ziele, ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber ich denke mal, der hat wirklich gut gespielt die Saison, er ist nicht umsonst bei uns der Man of the Season zum wiederholten Male geworden, also der Tui-Man, ne Tui ist es gar nicht mehr, Heinz von Heiden ist es mittlerweile, der Man of the quasi Tournament, also der Mann der Saison geworden, das ist eigentlich umsonst, der ist wirklich ein guter Torwart. Klar, viele sagen, er ist überbewertet, aber ich sag persönlich mal, er ist von vielen einfach unterbewertet, weil die nicht so wirklich ihn mögen oder sonst was, ich weiß auch nicht woran das liegt, er ist eigentlich ziemlich sympathischer Torwart, finde ich ehrlich gesagt. Aber gut, vielleicht mögen auch viele einfach 96 nicht und deswegen ist es so, aber meiner Meinung nach hätte Ziele 80er Rating ungefähr verdient. Ciauna minus 3 auf 67, hat ja bei St. Pauli, glaube ich, gar nicht mehr so viel gespielt, ist ja nur Ersatztorwart, in der Hattel hat 67er Rating, deswegen 67 und Radlinger auf 64 hoch, hat glaube ich beim Klub ein 62er Rating jetzt gehabt, verdient eventuell sogar eine 65er Karte, zumindest nach dem, was man in den Testspielen, beziehungsweise im zweiten Testspiel gesehen hat. Da war der nämlich richtig, richtig stark, ist an sich ein richtig guter Keeper, mal sehen, wie der sich noch entwickelt wird, ob er verliehen wird oder ob Timo Königsmann eventuell sogar unser dritter Torwart wird, je nachdem, ob Radlinger geht oder nicht, wird sich das danach entscheiden. Königsmann habe ich jetzt nicht prediktet, weil ich mir dachte, drei Torhüter reicht erstmal und Königsmann kann man sowieso relativ schwer nur predikten, zumal es kein PNG-Bild für einen gibt, weswegen die Karte total scheiße aussehen würde. Gut, wir kommen zur Defensive, Nummer 1 zumindest, also zum ersten Teil der Defensive und die ist, ja, relativ interessant, wir gehen von links nach rechts, starten mit dem Linksverteid, das ist Miko Albonos. Wir haben heute, nee, gestern war es in der Episode Jonas Hector gesehen mit dem 74er Rating, ich bin der Meinung, Albonos könnte auch ein 73er Rating haben, auf jeden Fall sollte er mindestens ein 72er Rating haben, von 67 hoch, 2 Nazi Tempo ist im Vergleich zu dieser jährigen Karte definitiv deutlich schneller, aber auch deutlich verdient, denn der ist einfach wirklich schnell. Dazu 75 Dribbling, 71 passen, 72, 40, 58 Shooting, 69 Defending. Das Verteidigen ist noch nicht seine Spezialdisziplin, er wird immer, immer besser, von daher glaube ich, dass er sich steigern kann, vielleicht auch 70 Defending, je nachdem, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. An sich könnte ich mir vorstellen, dass er einen Winter-Upgrade bekommt, wenn er sich so weiterentwickelt, wie er es bisher getan hat und ich könnte mir auch an sich vorstellen, dass er einen 73er Rating bekommt, weil mit Hector sehe ich ihn in etwa auf einem Level, vielleicht einen ganz kleinen Tucken darunter, was das Defending angeht, aber ansonsten doch schon relativ gleich oft, deswegen das 72er Rating. Teichgräber, Neuzugang quasi mehr oder weniger, also ist ein junger Spieler, klar, und ist jetzt nicht so der direkte Neuzugang, aber er kommt halt aus der Jugend mehr oder weniger. 60er Rating mit 67 Tempo, 60 Defending, 62 Physik. Zu den ganzen Jugendspielern kann man nicht so viel sagen, man muss erst mal sehen, wie die sich in der A-Mannschaft so richtig, ja quasi präsentieren und so weiter und so fort, aber ich denke mal, 60er Rating ist in Ordnung. Marcelo, der geht hoch von 73 auf 75 und das vollkommen verdient. Er war der Kopfballstärkste oder so, irgendwas sowas, also er hat mit die meisten Kopfballer der Bundesliga gewonnen und ich glaube auch mit der Zweikampfstärkste Spieler der Liga ist er. Ich glaube Platz 2 oder sowas war der. Ihr müsst da mal gucken, es gibt so eine Statistik im Internet, vielleicht verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Also Marcelo war wirklich richtig gut diese Saison, was vor allem die Quote der erfolgreichen Technik angeht. Ist an sich auch ein guter Parteitiker, im ersten Jahr war der richtig scheiße, ich habe ihn ja gehasst und habe immer Angst gehabt, wenn er am Ball war. Aber mittlerweile hat er sich auch wirklich stabilisiert und wird immer, immer besser. 70 Tempo, 76 Defending, 80 Physis, 59 Dribbling und 55 Passend. Ich denke mal, die Karte wäre so in Ordnung und sehr ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich geil aus. Würde ich mir extrem nur freuen. Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ob ihr das genauso seht, ob ihr das genauso seht, das müsst ihr mir mal gerne in die Videobeschreibung schreiben. Alles klar, schreibt in die Videobeschreibung. Nein, in die Kommentare schreiben. An sich könnte ich es mir aber doch durchaus vorstellen, weil schlecht ist er nicht. Im Gegenteil, der ist ehrlich gesagt sogar ziemlich gut und hat sich auch ziemlich gut präsentiert. Hoffmann, 74er Rating. Er bleibt glaube ich auf dem gleichen Rating, was er letztes Jahr hatte. Die Karte verändert sich nur minimal beim Tempo. Er ist deutlich schneller, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach hätte er auch so um die 70, ehrlich gesagt, verdient. Aber vielleicht ist es jetzt nach dem Kreuzbandriss noch mal ein bisschen anders. Mal sehen, wie der zurückkommen wird, weil er quasi eine ganze Saison außen vor hat. Er hat quasi die ganze Saison nicht gespielt, was sehr, sehr schade ist, weil er wirklich sehr talentiert ist. Und ich hoffe, er kann ihn wieder angreifen. Und Marcelo und Hoffmann ist so mein Wunsch in Verteidigung bei uns. Denn Schulz kriegt ein kleines Downgrade auf 73. An sich immer noch ein guter Verteidiger, aber mittlerweile einfach doch wirklich langsam. Deswegen 60 Tempo, 57 Dribbling, 64 passend, 74 Defending, 75 Physix. Er wird einfach älter. Man merkt es, er wird teilweise ein bisschen unkonstanter in seinen Leistungen. Aber an sich ist er trotzdem noch ein guter Verteidiger, ein guter Backup vor allem. Von daher 73er Rating für Christian Schulz. Wir kommen zum zweiten Teil der Defensive. Und da haben wir 71 Philippe, 60 Anton, 73 Sorg, 72 Sakai und 61 Wladimir Rankowitsch. Fangen wir bei Philippe an. Ist an sich ein guter Ersatz-Innenverteidiger. 64 Tempo, 70 Defending, 75 Physix bei ihm. Er geht ein bisschen runter von seinem eigentlichen Rating. Ich glaube, er hatte 73 dieses Jahr auf 71 runter. Er spielt halt relativ selten. Wenn er spielt, dann spielt er meistens solide. Und dementsprechend kann man ihn auf 71 lassen. 70 Defending, 75 Physix. Aber an sich halt ein kleines Downgrade im Vergleich zum letzten Jahr, weil er halt nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wie es eventuell teilweise ganz schön gewesen wäre. Er war ja lange verletzt, aber wenn er gespielt hat, war er immer eigentlich relativ solide. Und ich hoffe, das wird auch nächste Saison sein, wenn er ein Ersatzspieler ist. Von Waldemar Anton habe ich leider kein besseres Bild gefunden. Und es gibt nur dieses, was als PNG-Bild verwendbar ist. Von daher haben wir das so einfach mal genommen. 60 Rating, 67 Tempo, 1, also Defending, 60 Physix. Eventuell sogar ein bisschen mehr. An sich ist er richtig gut. Er hat auch im Testspiel einen richtig guten Eindruck gemacht. Oder sogar in beiden Testspielen. Weiß gar nicht, wer in beiden gespielt hat. Auf jeden Fall älter gespielt hat. War er richtig, richtig stark. Und hat hinten auch gut den Laden so ein bisschen zusammengehalten. Bin ich übrigens nicht dabei, aber ist Niklas Bahn, das ist unser neuer Linksverteidiger. Saren Rennbarsee und Mike Steven Beere habe ich auch nicht dabei. Genauso wenig wie Sebastian Ernst. Weil die meiner Meinung nach, also Sebastian Ernst noch am ehesten, die haben auch teilweise schon Karten dieses Jahr gehabt. Also Ernst zumindest, glaube ich, auch im Ultimate Team. Aber ich kann die so schwer predikten. Und bei Anton habe ich mir noch gedacht, okay, 60er Rating, 62er Rating vielleicht wäre angemessen. Aber bei dem muss man halt auch erstmal warten. Beziehungsweise auch bei Saren Rennbarsee, bei Beere und bei Ernst, wie die sich in der A-Mannschaft präsentieren. Auch wenn Ernst gute Eindrücke gemacht hat, muss man da abwarten. Und bei Anton ist das genauso. Aber trotzdem, 60er Rating ist, denke ich mal in Ordnung. Sorg kriegt von mir ein 73er Rating. Das ist im Vergleich zum letzten Jahr relativ ähnlich. Bei Freiburg hat er, muss ich mal ganz kurz nachgucken, 71er Rating, genau. Er hat sich auf einmal noch weiterentwickelt. Er ist Nationalspieler gewesen letztes Jahr mal. Vielleicht kommt auch noch ein Einsatz dazu. An sich ist er in der ersten Bundesliga zurückgewechselt. Und ich mag den Kerl, ehrlich gesagt. Ich mochte den schon bei Freiburg. Der ist für mich ein relativ guter Verteidiger. Und dementsprechend hier dieses 73er Rating mit 78 Tempo, 73 Defending. Ich denke mal, die Karte sieht ziemlich stark aus. Und er hätte es wirklich einfach verdient. Ich denke mal, die Freiburger können mir da zustimmen. Denn der Spieler ist an sich wirklich ein geiler Rechtsverteidiger. Der auch vor allem guten Schuss hat, was ich extrem nice finde. Weil wir das ja immer so ein bisschen vermissen lassen haben. Also auf der linken Seite war es immer okay. Mit Panda, mit Albonos, die konnten alle schießen. Oder Pripp mal. Aber so Sakai, auch wenn er mal gegen Bremen Traumtor gemacht hat, das war nie so geil. Und bei Sork habe ich die Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Müssen wir mal schauen. Aber an sich eine 73er Karte sieht ziemlich stark aus. Sakai, wie gesagt, ist auch dabei. Der hat das im Vergleich zum letzten Jahr, ich glaube, auch plus 1 bekommen. Ich glaube, er hat da auch ein 71er Rating. Bin mir gar nicht sicher. Können wir mal kurz nach. Naja, er hat ein 72er Rating. Das heißt, er bleibt auf dem gleichen Rating. Sollte ein bisschen schneller eventuell noch werden. Oder? Habe ich ihn schneller gemacht? Weiß ich gar nicht. Ja, plus 1 schneller. Und ein bisschen mehr Physik dazu, weil er wirklich Sprungstab bis zum Gehnen nicht mehr ist. 62 Jumping und 69 Körperstärke sind ein ziemlicher Witz dafür. Aber ansonsten keine großen Veränderungen, weil so viel besser ist er jetzt ehrlich gesagt nicht geworden. War teilweise wirklich unkonstant. Im Saisonendspurt war er richtig stark. Aber da müssen wir eigentlich nochmal abwarten, wie der sich entwickeln wird. Genauso gleich bei Rankovic. Der hat zwar einen relativ guten Eindruck gemacht bei Aue, wo er ihn ausgeliehen war. Zumindest nach dem, was ich mitbekommen habe. Aber an sich ist er natürlich immer noch den Erwartungen hinterher, sage ich mal. Er war ja in der Bayern-Jugend und war ein Spieler, von dem ich persönlich viel erwartet habe. Aber bisher, naja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwann noch passieren. Das 72er Tempo ist eigentlich noch ein bisschen lächerlich. Aber ich kann immer nicht so wirklich die Tempowerte extrem erhöhen. Auch wenn eigentlich vielleicht sogar 80 drin sein sollte. Weil der Typ ist einfach wirklich schnell. Das ist fast das Einzige, was der richtig gut kann. Also von daher müssen wir mal schauen, wie der sich so machen wird. Ich habe ehrlich gesagt auch Aue nicht so verfolgt. Deswegen kann ich es nicht so wirklich beurteilen. Aber ich denke mal, 61 bis 64, irgendwie sowas im Bronze-Bereich, wird für Rankovic berausspringen. Willkommen zum defensiven Mittelfeld. Da haben wir nämlich fünf Spieler. Und zwar Salif Sané mit dem 75er-Rating. Schmiedemann mit dem 75er-Rating. Andreas mit dem 74er-Rating. Cheyung Gölzeler mit dem 71er-Rating. Und Maurice Hirsch mit dem 65er-Rating. Sané, denke ich mal, habe ich schon genug in der Prediction gesagt, in der Episode, wo er dran gekommen ist. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Ist unser bester Spieler gewesen, zusammen mit Stindl und Zieler. Und dementsprechend das Upgrade auf Gold. Schmiedemann ist unsere Pferdelunge. Der ist an sich ein guter Spieler. Habe ihn nochmal so ein bisschen von den Werten hergeupgrade vom Rating. Bleibt aber gleich auf 75. Ich denke mal, die Karte sieht so in Ordnung aus. Vom Schuss, da muss er definitiv auch in der Realität noch dran arbeiten. Aber ansonsten sieht die Karte gut aus. Und an sich kann man sich auf dieses Rating auch bei ihm freuen. Weil ganz ehrlich, er verdient es, eine Goldkarte zu sein. Er ist gut genug. Er spielt vernünftig. Er ist variabel einsetzbar. Er kann Rechtsverteidiger, er kann Sechser. Er kann theoretisch rechtes Mittelfeld spielen. Also einfach ein richtig geiler Spieler. Wieder vor allem auch sympathisch. Ein richtiger kleiner Kämpfer. Und ich hoffe, dass er diese Saison genauso neben Sané auch performen wird. André Asens hat so ein bisschen unser Ersatzverteidiger, wollte ich schon sagen, unser Ersatzsechster für diese Saison, denke ich mal. Er hat ja letzte Saison weniger gespielt. War, glaube ich, auch ein bisschen länger verletzt. Er hat ja seinen wunderbaren Afro gehabt mit Schmiedemann diese Wette. Mittlerweile sind seine Haare wieder kurz. Genauso wie bei Schmiedemann, glaube ich auch. Und naja, 57 Tempo, 69, 71, 71, 75, 75, Physix und 73 Defending. Geht wieder von Gold runter auf Silber. Aber auch so sieht die Karte ziemlich, ziemlich stark aus, denke ich mal. Natürlich ist er langsamer geworden. Seine Füße ist aber trotzdem noch gut. Genauso wie dein Defending. Sein Dribbling vielleicht, ja, okay. Aber sein Schuss ist halt einfach wirklich noch extrem gut. Von daher kann man sich darauf freuen. Die Karte sieht trotzdem aber noch relativ gut aus. Trotz dessen, sie jetzt wieder Silber ist. Und von daher kann man das auf jeden Fall so stehen lassen. Er ist halt einfach nicht mehr der alte, er wird auch immer älter. Das ist halt das Problem. Aber an sich ist er ein guter Spieler. Und ich freue mich darauf, dass er unser Backup werden wird, weil er nicht wechselt, sondern seinen Vertrag verlängert hat. Cheung Gülzelam, der entwickelt sich momentan relativ gut. Also das, was man bei den Testspielen gesehen hat, hat man eventuell nicht so erwartet. Viele kritisieren ihn ja, viele hassen den ja aus Hannover. Ich kann das persönlich nie nachvollziehen, aber irgendein Sündenbock muss halt gefunden werden. Ich mag Gülzelam ehrlich gesagt. Er spielt teilweise wirklich Grütze, muss man sagen. Oder hat Grütze gespielt. Aber er wird immer besser und solider auch am Ball. Gerade defensiv ist der extrem gut. Er hatte letztes Jahr irgendwie 76 Defending, 78 Physix. Ich denke mal, 72 Defending wären auch in Ordnung. Vielleicht 74 oder sowas an den Dreh. Nicht so ganz so hoch, weil das kommt irgendwie komisch. Aber vielleicht auch 74, 75, wer weiß. Weil verteidigen kann er. Kopfball kann er auch. Auch im Spielaufbau und beim Dribbling hat er seine Defizite. Ich denke mal, das kommt aber noch. Dazu 58 Shooting an sich hat er einen guten Schuss. Der Abschluss mangelt so ein bisschen. Elfmeter kann er bestimmt auch nicht. Aber Schusskraft und Longshots sind auf jeden Fall da. Von daher kann man sich auf die Karte, denke ich mal, auffreuen. Dieses Jahr hat er auch schon gute Longshots. Und ich denke mal, nächstes Jahr wird das nicht anders werden. Denn er hat, auch wenn er mal gespielt hat, gezeigt, einen guten Schuss hat er eigentlich. Auch wenn er im Spielaufbau halt Mängel hat und in der Technik. Aber das kann man, denke ich mal, ausmerzen. Noch ist er nicht so alt. Vielleicht kann er noch ein bisschen an sich arbeiten und ein guter Ersatz werden für Schmiedebach und Sand. Nee, der Nächste ist dann Maurice Hirsch. Er steht da auch schon im 65er-Rating. Brauche ich nicht viel zu sagen. Er war seine erste Profisaison. Er hat ab und zu mal gespielt. Wenn er gespielt hat, er sich die Lieder verkauft. Ist relativ schnell unterwegs. Ist beweglich vor allem. Ist so ein bisschen wie Schmiedebach. In einer schlechteren Ausführung natürlich. Aber auf jeden Fall hätte er sich so eine Silberkarte verdient. 65er-Ratings, denke ich mal, angebracht. Muss man nicht viel zu sagen. Ist ein solider Sechster mit einigem Potenzial. Aber da muss noch einiges passieren, dass der wirklich irgendwann mal angreifen kann. Ich denke mal, das wird diese Saison aber auch passieren. Denn Frontex will ja auf die Jugend setzen. Und mit Hirsch haben wir da auf jeden Fall einen dabei, der Potenzial zumindest hat. Wir kommen mal ein bisschen zur Offensivabteilung. Und da haben wir zunächst einmal Leo Bittencourt, 75, Kiyotake, 75, 74, Klaus, 73. Und unseren Neuzugang, Uffe Bech, mit 70. So, Bittencourt, brauche ich nicht viel zu sagen. Ich denke mal, der hat, wenn er gespielt hat, was ja selten der Fall war, eine gute Leistung immer wieder gebracht. Ist ein Kämpfertyp und so weiter und so fort. Ist ein Netto-Held auf 75, weswegen ich ihn auf 75 gemacht habe. Normalerweise hätte ich ihn auf 74 gelassen. Aber gut, auch da hätte er fast die gleichen Werte. Also die Werte werden sich kaum verändern, ob 75 oder 74, die werden gleich bleiben. Einigermaßen vernünftiger Schuss. Einigermaßen vernünftige Füße sogar. Einigermaßen vernünftiges Passspiel. Bombendribbling und Bombentempo. Also das ist in Ordnung. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Tempo dazu. Wobei er leider Gottes im Sprint nicht mehr so schnell ist wie im Antritt. Deswegen auch nur 85. Aber ich denke mal, das ist so einigermaßen in Ordnung. Kyo Take, ja, ein bisschen Tempo nach oben. Ansonsten bleiben die Werte bei ihm, glaube ich, im Weitestgehenden gleich. Ich glaube, ich habe ihm minus ein Shooting gegeben. Bin mir gar nicht sicher. Aber die Karte wird genauso bleiben, denke ich mal. Ich hoffe, er wird nächste Saison 10er spielen. Er ist ja quasi unsere Alternative zu Stindl. Er soll ja Stindl quasi ersetzen. Ich denke mal, das wird er auch ganz gut machen, weil er ist der Spielmacher. Er wurde letzte Saison oft verschwendet auf der linken Seite, weil er ist kein Außenspieler. Der ist ein Zentraler. Wenn er das spielt, dann spielt er auch gut. Und dementsprechend die 75er-Karte bleibt erhalten. Vielleicht auch 74 runter, müssen wir sehen. Aber als 74er-Karte sehe das mit den Werten richtig, richtig geil aus. Edgar Pripp, linke Seite. Joa, ich denke mal, 74 wird er weiterhin haben. Oder hat er 73 gehabt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wird er jetzt linker Mittelfeldspieler werden. Die Werte, ja, 70 Shooting, 74 Dribbling, 81 Tempo. Ich denke mal, das ist alles in Ordnung. Da muss man nicht viel drüber reden. Ich denke mal, die Werte sind so angebracht. Hat an sich ein gutes Passspieler, hat einen guten Schuss. Teilweise muss er noch ein bisschen an der Ballkontrolle arbeiten, weil er, ja, teilweise ein kleiner Holzfuß ist. Aber gut, das passiert nun mal. Füße ist es auch in Ordnung, Tempo ist gut. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Sieht nach einem vernünftigen linken Mittelfeldspieler für die Bundesliga aus, der halt auch ein bisschen defensiv was drauf hat, weil er ja auch Linksverteidiger als B-Position oder C-Position quasi spielen kann. Dann haben wir Felix Klaus, 86, 80 Tempo, 74 Dribbling, 66 Shooting und 68 passen. Ihr merkt schon, die 66, 67 Shooting um den Dreh, die mag ich irgendwie. Hat Kiyotake, Bittenkurt und auch Uwe Beich, wie ihr ja schon sehen könnt, hat die auch. Ich denke mal, Klaus wird, joa, relativ stark werden. Ich denke mal, keine Forster-Skills, sondern drei Stände-Skills hätte er sich verdient. 68 passen, 68 Füßes. Der Ananlasskopf, der wird sich bestimmt entwickeln. Ich denke mal, da haben wir einen guten Fang gemacht von Freiburg. Für 1,8 Millionen kann man da wenig falsch machen. Und wenn er sein Potenzial ausdebt, dann kann er auf jeden Fall eine Alternative auf der rechten Seite werden. Er wird sich so ein bisschen mit Beich, denke ich mal, auf dieser Position streiten. Wenn nicht Pripp eventuell der linke Mittelfeldspieler ist, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also, Bittenkurt wird, glaube ich, links spielen. Oder rechts. Und Pripp dann links. Also die drei, die wir hier am Anfang sehen. Das kann auch sein, dass sie das Mittelfeld dann bilden. Es kann aber auch sein, dass Klaus und B irgendwie rechts spielen. Und dass dann Bittenkurt und Pripp um den Platz streiten. Da müssen wir mal schauen. Aber B auf jeden Fall, um das Ganze nochmal abzuschließen. Eventuell mit Forster-Skills nächstes Jahr, was sehr verdient wäre, auf jeden Fall, weil er technisch stark ist. Trotzdem nur 72 Dribbling wegen der 70er-Karte. Vielleicht auch 74, je nachdem. Mal schauen. 88 Tempo, weil er wirklich sehr, sehr schnell ist. Ich weiß übrigens nicht, warum ich bei Pripp und bei ihm das Ganze auf Englisch gelassen habe. Also Pace und Shooting. Kann ich mir jetzt nicht erklären, aber ist vollkommen egal. Ich denke mal, ihr wisst ja, welche Stats das sind. 65 Shooting, dann dazu 61 passen. Sein Abschluss ist relativ hoch. Das finde ich ganz nice. Der hat auch in Realität einen relativ guten Abschluss. Kann ja auch Stürmer spielen. Deswegen passt das ganz gut zusammen. Könnte eine ziemlich nice Karte werden. Gerade wegen dem Perfect-Link zu Andreasen. Die ja beide auch noch Silber sind. Also von daher, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie der sich durchsetzen wird. Wie der sich präsentieren wird. Ob der sich entwickeln wird. Ob er an sein Potenzial rankommt. Beziehungsweise, ob er seiner Erwartungen gerecht wird. Und mal schauen, wie die beiden Neuzugänge sich hier präsentieren. Also Klaus und Bich bin ich sehr gespannt. Und die Ratings mit Silber im 70er-Bereich sind, denke ich mal, ganz in Ordnung. So, wir kommen zum Sturm. Und das ist auch die letzte Seite, die wir hier schon haben. Und da haben wir weitestgehend auch nur Silberspieler. Ben Schopp mit 74. Soberg mit 71. Karaman mit 67. Diersen mit 60. Und Suleimani mit 60. Ich denke mal, die beiden kann man relativ schnell abhandeln. Wie bei Anton und bei Rankovic, glaube ich, schon gesagt. Die kann man halt nicht so wirklich einschätzen. Suleimani hat bei Union einen relativ guten Eindruck gemacht, soweit ich weiß. Aber ich denke mal, höher als 60 würde ich ihn trotzdem nicht packen. Genauso wie es ist es bei Diersen. Frontex will auf die Jugend setzen. Das heißt, sie werden ihre Spielzeiten bekommen. Wenn nicht bei Hannover, dann bei anderen Vereinbarungen verliehen werden. Bin ich mal sehr gespannt drauf. An sich können sie aber beide angreifen und sind beide talentiert genug, um das zu machen. Müssen wir mal schauen, wie sie sich entwickeln. Bisher haben sie noch nicht viel in der Bundesliga gezeigt. Deswegen die 60er-Ratings. Ben Schopp, der hat in der 2. Liga alles zerschossen, mehr oder weniger. Deswegen das kleine Upgrade auf 74, 81, Füße, 76, Tempo, 75, Shooting und 70, Dribbling. Er hat bisher schon ein bisschen was gezeigt in den Testspielen. Und ich freue mich sehr darauf, denn er scheint nochmal ein bisschen ein Upgrade zu Chosselu zu sein. Natürlich nicht technisch, aber vom Einsatz her. Und das gefällt mir extrem gut, denn ich will einen Stürmer haben, der richtig sich reinhaut. Und das scheint bei Ben Schopp gegeben zu sein. So wird dann, ja, bleibt auf dem 71er-Rating, wird selten. Kriegt ein bisschen mehr Tempo, aber ansonsten werden wir weitestgegen gleich. Natürlich, der war halt auch relativ lange verletzt und ist jetzt nicht mehr so, naja, nicht mehr so die erste Wahl bei uns. Auch weil Karamann halt hochkommt. Dazu gleich nochmal, Karamann muss ich nochmal kurz drüber reden. Aber an sich ist er ein sympathischer Spieler, vor allem ich mag ihn extrem gerne. Und hat auch an sich einen Torriecher, ist an sich auch ein guter Stürmer. Aber er ist halt nicht so wirklich ein A-Bundesliga-Stürmer, sondern einfach ein Joker. Und dementsprechend das 71er-Rating, denke ich mal, ist da in Ordnung. Karamann dann 67er-Rating. Das ist ein ziemliches Upgrade im Vergleich zum letzten. Ich muss mal ganz kurz gucken, was der da vor für ein Rating hatte. Der hatte ein, in Ultimate Team, ich finde es nicht, das ist jetzt ziemlich traurig, ich glaube 58, oder? Ne, 59er-Rating. Hat sich aber ziemlich bewiesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Kollege 69 oder 68 bekommt. An sich bringt er nämlich, ich freue mich extrem auf die nächste Saison. Der hat jetzt bei uns schon mal 10er gespielt, der kann Stürmer spielen, der kann Rechtsaußen spielen. Das Geile ist, der bringt einfach alles mit. Der ist schnell, der ist wirklich gar nicht mal so langsam. Also der hat teilweise Sprints, da denkst du dir, okay, das ist ja auch in seiner Größe. Der ist halt physisch stark, der ist irgendwie 1,89 groß, also 1,90 um den Dreh. Und wenn du damit noch einigermaßen schnell bist, ist das relativ geil. Und ich denke mal, 74 ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu niedrig, aber ich denke mal, EA würde ihn nicht von 54 auf noch höher hochpushen. Von daher, naja, 74 wäre angebracht, zumindest. 68 Dribbling, er hat Technik, das sind wieder plus 11, aber er verdient es halt einfach. Er ist gut am Ball, da kann man nichts gegen sagen. Genauso hat er einen guten Abschluss, einen guten Schuss, das sind nur plus 8. Und das ist auch verdient, dass er da einigermaßen schon, dass das ein bester Stat quasi auf seiner Karte neben dem Füß ist. Weil der hat einfach einen guten Schuss, der hat einen guten Abschluss, der kann aus der Distanz schießen, der kann, ähm, der hat genug Schusskraft und so weiter und so fort. Der kann köpfen, weil er so groß ist. Also das ist wirklich ein Spiel, auf den ich mich freue, nicht zu sagen, einfach weil er ein Allrounder ist und weil der angreifen will. Man merkt nicht, dass der erfolgshungrig ist und der hat das Potenzial dazu. Wenn er am Ende der Saison gespielt hat, war der eigentlich immer mit einer der Besten auf dem Platz. Gerade gegen Wolfsburg hat er mir auch extrem gut gefallen und, ähm, müssen wir mal schauen, was noch aus dem werden wird. Ich hoffe viel, ich hoffe, dass der sich richtig gut entwickeln wird und eventuell irgendwann sogar mit Benchock oder dem Stürmer, den wir jetzt noch holen werden, Konkurrenz machen. Ich glaube, an Sobirg ist er so mehr oder weniger in der, ähm, in der Rangliste oder so im Teamrang quasi, wie das bei FIFA heißt, schon vorbeigezogen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was von ihm kommen wird. Ich weiß nicht, inwiefern ihr Cara verfolgt, aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem haltet, ob ihr den schon mal gesehen habt, ob ihr den schon mal spielen sehen habt und was ihr von dem haltet bisher. Ja, weil, wie gesagt, ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich geil und freue mich auf die nächste Saison mit ihm. Ähm, die Vorbereitung ist er bisher richtig, richtig gut. Letzte Saison war richtig, richtig stark teilweise. Von daher 67er, 68er, 69er Rating wäre angemessen. So, das war's dann auch schon von der ersten Episode der Team-Predictions. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare auch rein, welches Team ihr als nächstes sehen wollt. Liked euch gegenseitig hoch, damit, äh, ja, ihr quasi die meisten Daumen hoch habt und ihr in der nächsten Episode rankommen wird. Werdet, ich weiß noch nicht, wann die nächste Episode kommt, aber auf jeden Fall die nächste. Jetzt habe ich auch genug versprochen. Mein Mund ist komplett trocken, ich muss irgendwas trinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein, danke fürs Zuschauen und ciao. Bis dann, bis Dann. Vielen Dank.